Vielen Dank, Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Die Freilassung von Billy Six aus venezolanischer Haft ist natürlich eine sehr gute Nachricht, vor allen Dingen für ihn, für seine Familie, für seine Freunde, aber eben auch für alle, die an den Rechtsstaat glauben und gängige Mittel autoritärer Regime mit willkürlichen Haftgründen Journalisten zum Schweigen zu bringen, bekämpfen. Und das tun wir hier alle. Eine politisch motivierte Gefangennahme ist in keinem Land der Welt, und das klang hier schon an, akzeptabel, unabhängig davon, welcher politischer Couleur und Gesinnung, unabhängig von Staatsangehörigkeit. Es ist deshalb richtig, dass die Bundesregierung immer auf Aufklärung in einem fairen Verfahren gedrängt hat, eine Verbesserung der medizinischen Versorgung von Billy Six eingefordert hat und sich schlussendlich mit Erfolg für seine Freilassung eingesetzt hat. Und Herr Braun, Sie werden das zugeben müssen, denn Sie waren im Ausschuss dabei und haben sich über den Fall informiert. Warum sollte das Auswärtige Amt sich dorthin stellen und nicht die Wahrheit sagen? Umso perfider ist es nämlich, dass die AfD nun für sich hier reklamiert, die einzigen gewesen zu sein, die sich für seine Freilassung eingesetzt hätten. Und zwar nicht nur, weil das falsch ist, sondern weil Sie sonst keinen Ton von sich geben, weder hier im Plenum übrigens noch im Ausschuss, wenn Menschen verfolgt werden. Wo sind Sie denn, wenn in Russland Oppositionelle eingekerkert werden? Wo sind Sie denn, als Dennis Yücel eingesperrt wurde in der Türkei? Herr Brehm wird dazu... Das sind keine Fake News. Der Unterschied ist, dass das hier die Wahrheit ist und Sie hier vor einem Jahr einen Antrag eingebracht haben. Herr Brehm wird das gleich noch ansprechen, wo Sie Dennis Yücel, die deutsche Staatsangehörigkeit, aberkennen wollten und geleugnet haben, dass er Journalist ist. Dass Sie im Fall Venezuela und Billy Six Rechtsstaat und Menschenrechte als Thema für sich entdeckt haben, ansonsten aber rechte und nationalistische Autokraten in der Welt hofieren, das zeigt eindeutig, welches Herzen Kindes Sie sind. Sie nutzen Menschen für Ihre eigene Propagandamaschine hier und Sie spielen je nach Thema Menschen gegeneinander aus. Und diesmal ist es dann Billy Six. Und wir haben hier alle festgestellt, wir freuen uns, dass er wieder in Deutschland ist und freigekommen ist. Das hier ist Missbrauch von Grundrechten und Missbrauch von Menschenrechten. Und Karl Popper wies ganz zu Recht darauf hin, im Namen der Toleranz sollten wir das Recht beanspruchen, hören Sie zu, im Namen der Toleranz sollten wir das Recht beanspruchen, die Toleranz nicht, die Intoleranz nicht zu tolerieren. Und wer faschistische Rhetorik in dieses Hohe Haus trägt, dem muss im Namen der Toleranz klar widersprochen werden und das tun wir hier. Der Fall von Billy Six ist aber auch, und das haben wir auch schon gehört, exemplarisch dafür, dass es in Venezuela schon seit Langem keinen existierenden Rechtsstaat mehr gibt. Machthaber Maduro regiert weiter mit einem Guerillaterror und Repressionen. Diese Gewalt gegen die eigene Bevölkerung ist unverzeihlich. Und wir fordern deshalb schon lange Neuwahlen, die zügig durchgeführt werden, um das Land wieder zu stabilisieren. Es ist deswegen gut, dass Deutschland sich hier in diesem Kampf geschlossen an die Seite liberaler Demokraten stellt. Denn Hunger, es geht um das große Ganze, Herr Baumann. Ja, Herr Komning, es geht um das große Ganze. Nach UN-Angaben, Herr Nick sagte das gerade, sind weltweit mehr Menschen auf der Flucht als je zuvor. Und Venezuela ist eines der Länder, die da leider traurige Superlative schreiben. An der kolumbianischen Grenze steht seit langem Hilfe bereit, doch diese Hilfe wird von Maduro abgelehnt. Hunger als Konfliktmittel einzusetzen, ist hier ein Verbrechen gegen die Menschenrechte. Damit macht sich die Regierung im Übrigen in Venezuela immer mehr zu einem Fall für den internationalen Strafgerichtshof. Und den deutschen Botschafter damit zu bestrafen, dass er menschlich handelt und den Übergangspräsidenten Guaido an die kolumbianische Grenze begleitet, ist hier Zeichen dafür, dass Maduro-Schergen eben nicht an Entspannung interessiert sind. Und meine Damen und Herren, lassen Sie mich jetzt noch kurz auf die andere Seite des Plenums schauen. Fassungslos macht mich nämlich angesichts dieser Zustände, dass die Linke die Bühne ihres eigenen Bundesparteitages dazu nutzt, um einen sozialistischen Machthaber zu unterstützen und Solidarität mit Maduro zu fordern, für einen Diktator, der seine eigene Bevölkerung aushungert. Fassungslos macht mich auch, dass Ihre Kollegin Nastic fordert, Präsident Maduro in unser Programm Parlamentarier-Schützen-Parlamentarier aufzunehmen. Ein Programm, das für Menschenrechtsverteidigerinnen und Menschenrechtsverteidiger geeignet und gefordert wird, zwar nicht für sozialistische Diktatoren. Das ist verantwortungslos und eine Ohrfeige gegen die hungernde Zivilgesellschaft. Sie sind hier auf dem linken Auge blind wie lange niemand mehr vor Ihnen. Und ich habe es damals schon bei Twitter gesagt, und ich sage es auch heute wieder, schämen Sie sich und nehmen Sie nicht das Wort Menschenrechte in den Mund, wenn Sie ernsthaft glauben, dass ein Diktator auf Kosten von notleidenden Menschen auch noch heroisieren müssen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Gide Jensen. Nächster Redner in der Debatte für die Bundesregierung, Staatsminister Nils Annen.